Staaten und Hallöle! Aber wie hat es mich gehaut? Habe ich gar nicht. Jetzt ist kein Flur traurig. Oh, Put, 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 warum habe ich einen Todespunkt hier drin? Vielleicht weil du gestorben bist? Guckt mal Leute, was ich habe. Aber noch viel zu wenig. Ich habe, wie man sieht, ganz viel gesammelt. Ganz viel? Aber nicht genug. Cold Coke. Weißt du, was das Schöne ist? Während du jetzt hier am aufnehmen bist, kann ich wieder irgendwie Mist bauen? Ich werde dann wieder bei dir unter Folge kommen. Ja. Wie wär's? Alter, ich habe gleich keine Lust mehr auf dieses komprimierte irgendwas. Kann man diesen Soul... Kann man den nicht nur irgendwie dann irgendwann anders hergewöhnen, außer durch Craften? Cobble Soul Stone. Ja, durch, durch, durch ein, durch ein Dings. Durch was? Im Nether abbauen. Kann man den vielleicht... Warte mal. Ähm, wie ist es zurück? Soul Stone, ja. Von Mystical Aquacult. Und ich weiß, ich kann ihn halt nur durch einen Cobblestone schmelzen lassen, craften oder halt im Nether finden. Genauso wie ich halt den Cobble Soul Stone nur im Nether finde. Und das Tiberium findet man auch, ist da. Ja. Ja gut, Tiberium habe ich ja erstmal genug. Nur... Was habe ich denn jetzt hier? Ich habe ein Fossil... Einfach mal antworten. Einfach mal antworten, okay. Äh, was... Die Fossilien kannst du zu, ähm... Dings verarbeiten. Zu Knochenmehl. Hm, ich habe mich gerade nur gewundert, warum ich auf einmal ein Fossil im... Inventar hatte. Okay. Nee, weil... Weil das Stein farmen lästig ist. Vor allem, weil ich zweifach komprimierten brauche. Hast du deinen Traubensaft schon hinten in die Zistille reingepackt? Ich habe immer noch keinen Traubensaft, den hattest du in der Hand. Der ist immer noch in der Kiste. Ja, nö, habe ich nicht gemacht. Weil ich gerade verzweifle. Ich gehe nach... Ich gehe nach meinen Tieren schauen. Tu das. Ich habe noch eine Zelle gefunden. Hallöle Tiere. Habe ich noch eine Schaufel? Nein, habe ich nicht. Hallöle Tiere. Wo ist dein Lamm? Hat die mich auch ausgewachsen. Schön. Nee. Du bist noch ein Kalb. Und du wahrscheinlich auch dahinter. Ich habe wahrscheinlich, weil es hier nicht geladen ist, noch nett. Hallo, Vater Bulle. Aber mit einem, was hast du recht, Vampir? Mit einem, was hast du ausnahmsweise? Mach ich. Was denn? Ähm, was soll ich jetzt gerade sagen? Was ich nicht. Dass ich mit irgendwas recht habe. Wie immer. Ach so. Das ist immer. Nein, ähm, was ich sagen wollte. Nee, das wird es ganz wichtig. Wir könnten mal wieder ein paar Zellen gebrauchen. Also einfach mal so ein paar. Also mal wieder so ein paar Einsacken. Du weißt, glaube ich, was ich meine, oder? Mal wieder so ein paar Quests, was hier oder sowas, wo es die gibt. Oh, hier sind noch übrigens fünf leere Zellen in der Kiste. Sag es mir jetzt, wo ich mich hier hergestellt habe. Ich habe es gerade gefunden. Warum habe ich jetzt den Kopf aufgesammelt? Keine Ahnung. Irgendwie sieht es voll süß und voll komisch aus. Alter, was hier für Köpfe gibt. Ich wollte aber gerade irgendwas anderes gucken. Okay. Aber wie weißt du noch damals, dass wir uns so abgemüht hatten. Ganz am Anfang, wo wir nicht weiterkommen. Und dann kamen zu dieser Durchbruch plötzlich. Ach, das war noch Zeiten. Da waren wir noch jung und frisch. Also du zumindest. Ich war schon immer jung und frisch. Ich glaube, ich darf gleich rennen. Einfach ignorieren. Was ich nicht sehe, ist nicht da. Was denn? Ach, nichts. Ach, nichts, 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 nichts. Okay. So, was bleibt mir jetzt das Nächste? Das Nächste wäre jetzt, äh... Danke, hier gibt es noch einen Basisschrittkreis wieder. Das ist eine ISD. Hattest du nicht was für mich hergestellt gehabt? Nö. Nein. Was sollte ich denn hergestellt haben? Ähm, die sind so, dass... Ähm... Eigentlich nicht für dich, aber ich kann die zwei abgeben. Das wäre sehr lieb. Also für zwei Barren. Naja, ausnahmsweise. Dafür musst du mir helfen, nochmal jeden Stein sammeln zu gehen, gegebenenfalls. Weil sonst kommt man nie an unsere Stallproduktion. Und die brauchen wir. Okay. Ich habe einen Basisschaltkreis. Wie kann ich das jetzt zu barren, vor allem das Zeug? Wenn du dir das Rezept angeschaut hättest, wüsstest du, dass du da jetzt noch Potentium-Essenz brauchst. Vier Stück. Außerdem brauchst du fünf Soll-Durst für ein Solium-Durst. Und das musst du in den Schmelz, äh, im Rätten im Ofen packen. Für ein Solium-Ingrid. Du durfte dich nochmal ganz lieb fragen, ob du vielleicht nochmal drei Stück hättest, damit ich das verkraften kann. Aber dafür, dafür, dafür kriege ich ganz viel Stein. Na, warte mal, das ist ein Stein. Wo hast du es noch hingeastet und dann bin ich geschmissen? Ja, ich hatte es hingeschmissen, aber ich habe es schon wieder aufgesammelt. Ja, wenn du es nicht nimmst, kann ich auch nichts dafür. Ähm... Was ist mit dem Stein? Näh, ist das schon eine Sache. Nur farmen und brennen. Verarbeiten kann ich ja dann selbst. Äh, achso. Ich weiß, wie ich das mache mit dir und deinem Stein. Ich mach's mal einfach. Ähm... Mir egal wie, Hauptsache, ich hab genug Stein. Dabei ist es egal, ob es jetzt ein blauer oder was weiß ich Stein ist. Ich stell dir gleich, äh, richtig meinen Kurs, äh, Stein her, also Vanilla. Das ist gut. Wenn ich ganz viel habe... Oh, das ist noch besser. Was denn? Wenn du ganz, wenn du mir ganz viel Stein bringen kannst, ganz schnell, ganz viel. Also relativ schnell, so gemerkt. Da kommst du mal hierhin zu meiner, zu meiner Ecke, dann kann ich zeigen, wie es funktioniert. Warte. Ja. Muss mal eben schnell was im Hintergrund zu machen, sonst könnte man irgendwie piepen auf einmal eine Dings hören. Und... Oh, das... Die Zelle kann ich auch so benutzen. Da hinsen bist du. Da will ich grad was machen. Das war... Nein, das war... Ja. Ich glaub, das war falsch. Ja. so und dann brauche ich muss ja ich muss irgendwann mal diesen auto schalten das ist irgendwie dann doch ein bisschen nervig das ist schon mal ganz gut ach so hättest du mal ein paar steine für mich schon mal da wie viele ein paar wirst du gleich sehen oder war ich brauche stein in sense bräuchte sie vier stück reichen mir hast du schon mal 34 gebrannte steine es kommt gleich obwohl ich dachte es geht habe ich wieso noch mal herstellen von daher sehr gut aber stein ist eh gerade ziemlich gut ziemlich wichtig hier ist nummer vier ich könnte ja auch noch mal vier geben gut da könnte ich die produktion ein augenblick wieder okay ach ich brauche die kraft hier ist okay habe ich da noch was da nein ich kann dir das noch geben das hatte ich ganze zeit noch im inventar warum sah mich das wieder auf das sind das glaube ich wieder aufgesammelt oder nein 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 die blauen zehn solche blaue genau diese diese schatz die du brauchst für diese basis crafting seeds du brauchst wahrscheinlich im bergbau rucksack sein das könnte sein es sind die sogar noch mal neun in der kiste drin ja von den dinger hatte ich ein bisschen was gesammelt gab ich glaube ich noch noch einen normalen weiter sagen sollte kann ich den neuen stück bringen ich habe schon einen also glaubst du bist du hast du noch mal neun ok vielen dank merci beaucoup da ich wollte noch meinen traum sagt suchen nein du bist du nicht gehen in die basic kostet sieht sich nochmal ach das ist doch zu ok es ist so einfacher als gedacht und muss ich bloß auf das gelung wird darum und dann habe ich schon basic kostet sieht und zwar jetzt ist jetzt drumherum und da jetzt die steine drumherum stein zieht sehr schön ich bin gerade überlegen aus welchen wo wo die weintrauben hier hatte die hat es wir haben die glaube ich habe ich glaube angebaut wenn ich mich hier im rechten sondern ich bin nur gerade ein bisschen blöd schön dass du es ein siehst war ich schon mal rennen also gewährst du meinen kleinen vorsprung im kleinen ok so die schau kommen wir mit sein das kundige zu dem ist noch einmal okay das kommt ein und dann müsste ich mal gucken das soll die mögliche zerstellen finde ich nicht okay das ist seltsam ja das denke ich will mich auch gerade und jetzt zwei mal das feld abgelaufen und das ist natürlich eins was man in der oberwelt findet mit einer chance zu meine frage was braucht man würde so lieben weil irgendwie so halt hier habe ich so schön ich habe sogar mal was von der ersten star die sind hier die weintrauben sagt das doch bei meinen tomaten das glaube ich auch nicht angepflanzt bei dir dann pflanze ich die man gleich bei dir an ja diese fünf so dinge die gemassen ganz gut aber das rechte scheint ja aber zwei ja dann 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 bringen wir viel mehr stein und tiberium dann ist es kein problem also den steigen kann ich den tiberium also wir können es so machen du kriegst das was überbleibt und dann muss man gucken was man noch ob das reich oder was man noch holen müssen ok ich tue jetzt dass man diesen power von uns da mal herstellen wir mal gucken also ich kann mich jetzt entscheiden aufhören oder in energy also ich hab den energy also mache ich so heilig ist auch die ugl gut dass sie glaube ich eigentlich das auch schlimmer also ist was sie ist ich mag das solium mal mein in unseres welcher rein das packst du rein nein die waren wenn du das solium das tast das musst du in den ofen packen ok ok ab in den ofen und haben wir schon mal ein es wird nicht reichen ich brauche aber zwei ich packe immer schon mal drüben rein steht meine stein farm schon die erste essenz ist da kann auch gleich mal sagen was du bekommst wenn wir brauchen wir denn stone essence ein stück nur ein stück für zehn steine ok das geht eigentlich gutes gewinn oder ich könnte da auch für acht von den dingen ja da muss man es noch brennen und so das ist blöd okay sind es die zwei ja ja schneller ich habe dings ging gar nicht ne knochenmehl bei den pflanzen oder das Cole nein aber du kannst du kannst dich keine ohne wenn du machst die ist in unserer kiste also daneben die ganzen crossen es steht neben diesem schubfach da ich mache mir jetzt Hau mich nicht. Okay. Das war ein liebevoller Weg. Jetzt ist die Frage, was mache ich? Alter, ist das Teil amarschig. Was? Die Destille. Ja, das ist normal. Aber ey. Sehr gut, dass wir es überhaupt haben. Ich habe vergessen, was ich wollte. Das ist gut. Ach ja. Gold? Es ist so. Ja, komm. Ich habe eine Idee, was ich mache. Ähm. Diesen Arrowhead habe ich nicht mal gebaut. Ach, boah, ich habe ein bisschen Feuerstein dafür. Okay. Hier sind noch Trauben. Also nur, falls du welche brauchst. Also ich sag's muss. Hatte ich nicht mal irgendwo eine ganze Menge an... ein Feuerstein gepackt, hingetan. Äh, lol. Wieso ist kein... Hast du gerade versucht, aus... Was? Samenkernöl. Achso, ähm... Warum ist Rapsöl in der Maschine drin? In welcher Maschine? In der hier. Weil aus den Seeds kriegst du Samenkernöl und kein Rapsöl raus. Ich weiß, dass du es reingepackt hast mit dem Socker-Denzen im Moment vorhör. Ich brauche die Maschine, aber... Einfach abbauen. Abbauen, bitte hinstellen. Brauch bitte bloß Spitzhacke. Blö. Bine. Nö. Nö. Ach, ich mach diese komischen Ingez da. Achso, ich sag das gleiche. Also die komischen Ingegern. Sag mir lieber, wo du die Gießkerne versteckt hast. Ähm... Da hinten ist es auch zu Schubfach. Rechts daneben gleich das erste. Und aufpassen, die ist schon gut geupgradet. Achso, zumindest einmal. Ich brauche zweifelnden Dinger, das liegt nicht drauf. Ähm... Geht es auch ein Marvel-Kröpfel? Ja, es gibt es auch schön. Wie ich sag, sie brauchen halt aber ein bisschen länger die Pflanzen da hinten. Wie sie gewachsen sind. Ja. Eine mystische Före hatte ich die schon gebaut gehabt? Ja, hatte ich. Die müssen da hinten liegen irgendwo. Wann bitte hast du doch einen Bogen, oder? Ja. Du bekommst gleich neue Pfeile von mir. Ähm... Ja, theoretisch bekommst du eine Pfeile von mir. Was ist das? Ich meine, ich habe mich... Hm, 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 hm... Wollt, die kann mal raus, dann können die nämlich nochmal rein. Kann man die nicht auch irgendwie beschleunigen? Da gibt es doch was. Ähm... Ähm... Wenn es dir hilft. Mach den ja. Das hilft auch. Gießen und den machen. Aber aufpassen, wenn du das machst, dann... Ich glaube, es war sogar nur getwirkt bleiben, oder was? Twirken. Beim Twirken passiert übrigens gar nichts. Das ist nicht bei der Mod mit drauf. Ähm... Doch, Boss. Also ich habe beim Mod geklappt. Das ist ja noch mal. Das Gefühl brauchst du trotzdem lange. Vielleicht mag es dich einfach nicht. Willst du dich jetzt? Kennenstellen? Wampi, du hast, ähm, neue Pfeile, wenn du magst. Hm... Gibt es noch mehr? Schenke ich dir. Ach so, jetzt kommen wir oben die ganzen Pfeile dran, okay? Ganz fast. Wampi, ich habe noch was für dich. Ganz viel. Alles für dich. Schenke ich dir. Jetzt geht die einfach weg. Ich habe es noch für dich gemacht. Au. Au. Würdest du bitte auch mal diese Pfeile auf... Äh... Ich habe noch Pfeile für dich. Ich brauche die nicht. Wie viel Damage machen die... Meine machen sieben Damage. Das sind auch noch die kleinen Pfeile. Nee, das wird noch ein bisschen größer. Wachst meine Weintrauben, wachst. Du meinst, die hören jetzt auf dich? Ja. Das ist eine sehr, ähm... Ich bewundere deinen... Dein, dein, dein... Oh. Oh. Habe ich gerade die Quest zufälligerweise abgeschlossen nebenbei mit? Nein. Ähm... Ja, was soll ich hier? Ach, also die Köpfe da ja wohl eigentlich nicht. Nur mal so am Rande. Unsere Kartoffelkanone, ne? Die ist umstellt mit Bäumen. Das ist doch gut. Da kann man wenigstens sagen. Ähm... Da kann es wenigstens... Da trifft es wenigstens was. Wow. Ich bin da... Wampi, ich bin da ja gerade im Wolligen, ob ich eventuell schon die Tier-2-Turrets bauen. Also die Base schon mal bauen sollte. Oder kann. Also könnte ich es auf jeden Fall. Oh. Also ob mir meine... Meine gnädigste... Ähm... Meine, 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 meine Herren mir das erlaubt. Wenn ich genug Stein habe, gerne. Ich höre immer nur Stein... Ich höre immer nur ich, 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 ne. Ja? Ich, 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 ich. Du hängst. Nein, du schleife. Ich, 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 ich. Okay, ist schwindelig. Ich wollte da an der Kiste gucken. Gibt es was zu essen irgendwo? Ich habe keinen Keks geben. Hm. Da. Ich habe schon was gefunden. Lässe ich den Keks alleine. Ich habe einen Smoothie. Wie kann man dabei werden? Du kannst raus. Du kannst raus. Du kannst raus. Hatte ich nicht irgendwo... So, und wenn es... Also diese Magma-Kruppe, die wir haben, die ist schon irgendwie praktisch. Da kannst du gleich mal so... So, 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 zack, alles, was du hier brauchst, alles so weg, sonst hinschmeißen. Das ist kein Magma. Das ist Lava. Ja, du weißt ja, was ich hier raus will. Nö. Wie kannst du? Ach, und wenn du, ähm, dieses Elektro-Tin, das brauchst du auch nicht mehr herzustellen, also... Nicht mehr wirklich. Ja, ja, das hattest du, das weiß ich noch. Aber aktuell brauche ich das... Stimmt, ich könnte gleich mal gucken gehen. Mal hier und da brauchst du nämlich auch, wenn ich mal so glücklich bin. Hm, das ist wirklich die Frage. Stelle ich jetzt die, äh, die hier zwei Dinger her? Ich meine, auf der einen Seite wäre es irgendwie praktisch. Was brauche ich denn dafür eigentlich alles? Kupferplatten, Osmiumplatten, Batterien... Okay. Ähm... Äh, nein, das stelle ich nicht, ja. Also, warum du kannst sagen, was du willst, aber ich glaube, das allererste, was wir uns, ähm, automatisieren werden von der ganzen Herstellung ist, glaube ich, dass wir diese komischen Leiterplatten da, oder? Ja. Wenn's denn, geht dann mal irgendwie... Ach, hier ist noch was. Ähm... Ähm... Was denn? Pfff... Ja? Noch nichts. Erzählen Sie mir mehr. Ach, Büchse. Büchse heißt das toll. Wie macht man diese Büchse? Aus Zinnbahn, okay. Oh, es ist dunkel. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, schön. Wie wärst... Wenn ich jetzt Gute Nacht und Tschüss sage, was hältst du davon? Das finde ich prinzipiell ganz gut eigentlich. Gut. Dann sag ich... Falsche Taste. Ciao mit Ö. Ne, mit Au. Und wir sehen uns bei Flöchen wieder. Tschüss. Okay. Tschüss.